Möchtest du mal wieder mit Freunden oder Familie einen netten Abend bei einem leckeren Abendessen verbringen? Dann ist ein Raclette-Grill genau das Richtige. Das Gerät, das wir hier vorstellen, ist aber nicht nur dafür geeignet. Lass dich überraschen, was es noch alles kann. Wir sagen dir aber auch, was vielleicht nicht ganz so gut ist. Wie du bereits der Überschrift entnehmen konntest, kannst du mit diesem Gerät nicht nur ein leckeres Raclette zubereiten, sondern du kannst ihn auch als Tischgrill oder für ein Fleischfondue verwenden. Hierfür stehen für zwei separat und stufenlos regulierbare Heizsysteme zwei Thermostate zur Verfügung. Das gewährleistet eine unabhängige Temperatursteuerung für jedes Heizsystem. Ein Temperaturregler mit Leuchtanzeige, Rot steht für Aufheizen und Grün steht für Bereit, zeigt die richtige Betriebsbereitschaft an. Dieses Gerät ist für acht Personen ausgelegt und verfügt somit über acht antihaft beschichtete und am Griff hitzeisolierte Fändchen und die passenden Schaber fürs Raclette, sowie ein Edelstahl-Fondue-Topf mit 1,3 Litern Fassungsvermögen und abklappbaren Tragegriffen, der mit einem Spritzschutz ausgestattet ist und mit acht Fondue-Gabeln kommt. Die große Grillplatte misst 31,5 x 31,5 cm und bietet damit viel Platz, um hier unterschiedliche Sachen zu grillen. Die Grill- und die Bodenplatte sind abnehmbar. Das gewährleistet eine einfache Reinigung. Hier wurden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet. Der Kombi-Grill 3 in 1 ist aus resistentem Edelstahl und entspricht den höchsten Ansprüchen an Qualität und Design. Der Solis Kombi-Grill 3 in 1 wurde mit dem Red Dot Design Award 2015 ausgezeichnet. Die Raclette-Fändchen und die Grillplatte sind dreifach beschichtet, sodass hier wirklich nichts ankleben kann. Ein Plus, das dieses Gerät bietet, ist eine sogenannte Kalzone für heiße Fändchen. Wenn du mal eine kurze Essenspause einlegen möchtest, legst du das Fändchen einfach auf der Edelstahlplatte, die sich unter dem Grill befindet, ab. So bleibt der Esstisch frei für Beilagen und anderes Geschirr und eventuelle Reste in der Pfanne können sich nicht festsetzen. Das einzige kleine Manko ist vielleicht, dass es nicht für die Spülmaschine geeignet ist. Aber wenn du die Teile in warmes Wasser einweichst, ist das Reinigen gar kein Problem. Ein wirklich gelungenes 3 in 1 Gerät und keine Funktion kommt hier zu kurz. Ein Garant für ein schön, gemütliches und abwechslungsreiches Essen im Kreis deiner Lieben. Die Kundenzufriedenheit bei Amazon spricht für sich. Schau doch mal rein und überzeuge dich selbst. Zur Zeit kannst du über unseren Link auch noch 30 Euro sparen und die Lieferung innerhalb Deutschlands ist gratis. Das sind weitere Gründe, sich schnell zu entscheiden, bevor es nicht nur wegen der nahenden Feiertage ausverkauft ist.